Es geht mit Lavella an RAL48 und Christian Ammann auch mit dem RWB jetzt ab zu RACISM. Es wird richtig fett. Mir hat es uns vorhin richtig krachen. Schon mal drei Schachtel für die Fahrt geholt. Und auf geht's. Wir holen mal Essen für dich noch, oder Alex? Wir holen mal Essen für dich. 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 Und dann schieper! Ah, gut Mann, gut Mann!